Musik Ich sehe es aus zum ersten Mal, was dieses Jahr in Chicago entstanden ist. Musik Wir freuen uns allesamt, mich ganz besonders darauf, das zu sehen, was da jetzt eben neu kommt. Und wir sind schon stolz darauf, dass wir es in Augsburg als erstes hier sehen dürfen. Musik Neben der Vernissage werden Sie heute Abend auch Augenzeuge eines sogenannten Painting Acts. Also die Entstehung eines Kunstwerks aus, ganz spontan, aus der Situation heraus. Musik 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 Musik